Herzlich Willkommen zu unserem monatlichen Lebenstraum Newsletter. Mein Name ist Ulrike Nehm. Und mein Name ist Marc Lehmann. Schönen guten Tag. Wie Sie sehen, hat sich einiges bei uns verändert. Eins aber nicht, wir sind nach wie vor in der Nymphenburger Straße 69 für Sie da. Wir möchten zur Wiesnzeit Ihnen eine schöne Auswahl an attraktiven Immobilien vorstellen. Zwei davon hat meine Kollegin, die Ulrike, im Angebot. Eine am Hirschgarten, wunderschönes Townhouse und eine am Rotkreuzplatz in der Blutenburgstraße im Hinterhof. Auch ganz modern, tolle Wohnung. Und ich kann Ihnen noch eine Altbaugaleriewohnung in der Jutta Straße empfehlen und zum zweiten eine Altbauetage mit 225 Quadratmetern in der Nymphenburger Straße. Des Weiteren eine schicke Citywohnung im Glockenbachviertel. Das heißt, die Auswahl ist groß. Viel Spaß beim Filmen und bis bald in unserem Büro. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020